Ich habe letztens einen Vortrag gehalten über die digitale Realität und warum wir in einer Bubble leben und ich habe ein paar Zahlen, Daten, Fakten für dich mitgebracht und bin gespannt, was du davon wusstest und was du davon hältst. Komm mal mit! Zum Beispiel hast du gewusst, dass wir rund 65 Stunden pro Woche in der DACH-Region im Internet surfen? Davon sind übrigens zweieinhalb Stunden allein auf Social Media. Das sind 15% von unseren Tagen. Und was wir da scrollen im Sekundentakt? Tja, das wird effektiv von ganz wenigen Menschen kontrolliert und kreiert. Weil gemäß Statista Deutschland sind das nur 1,13% der Menschen, die im Internet surfen, die auch aktiv Content erstellen. Super wenig. Also eine von 100 Personen, die etwas kreiert für dich, was 99 andere hören. Und hast du gewusst, dass nur so wenige Kanäle auf Instagram entstehen? Das sind effektiv übrigens in dem Moment nur 2,1%. Und meine Lieblingsplattform LinkedIn, die hat 124 Millionen täglich User und User, aber davon sind effektiv nur 0,32% wirklich aktiv nach den letzten sieben Tagen was gepostet. Aber es lohnt sich, was zu kreieren, weil schau, alleine mein Hashtag, und ich bin wirklich nicht bekannt, hat auf TikTok alleine 1,3 Millionen Views. Dafür habe ich momentan zwei Jahre gebraucht. Auf LinkedIn, wo ich schon seit, mein Gott, 2007 bin, habe ich pro Jahr 1,2 Millionen Views auf meinen Posts. Wann legst du los? So, welche von diesen Fakten kannst du bereits? Lass mich wissen und bei Fragen, Hashtag, frag Roger. Bis bald.